Was braucht man, um in den Krieg zu ziehen? Ein Nachtsichtgerät, feuerfeste Unterwäsche, Splitterschutzweste, Mut, Gottvertrauen, Sanitätsausrüstung und Ausbildung. Man muss eben wissen, dass es immer gefährlich werden kann. Genève, sie haben mich in Rwanda gebracht, um zu sein Soldaten zu sein. Früher habe ich Wäschmaschinen-Teile gemacht. Heute machen wir Hightech-Waffenteile. Und die Arbeit war eigentlich genau das Gleiche. Du wirst wissen, dass irgendwo über den Faden jemanden, der wirklich möchte, die Kirche. Ich bin ein Hacker. Und jetzt habe ich ein Pseudobody, das ist dein. Anfang der 80er Jahre, beim ersten Golfkrieg, haben sie gezeigt, wie Teheran verteidigt wurde. Auf einem Hoteltag habe ich gesehen, dass hier ein Geschütz steht. Und es war eines unserer Geschütze, das wir seinerzeit im Schal geliefert haben. Wir nehmen jetzt einen Tremel aus dem Tisch. Gehen zu ihm und sagen Hallo. Ich habe einen großen Schraub, den Jambon und Abarizaco gesehen. Wie habe ich mich zum Thema gekommen? Ich habe mich über die gesamte Homs gelegt. Die Menschen auf die Zeit der Zeit. Die Menschen sind so wie die Menschen. Wir haben uns gedacht, dass wir die Veränderung haben. Ich habe die Zeit. Die Definition Deux coups Der Balle Und die Professeure paniker Partier, Partier Der erste Mal, wenn du mit dem Militär sind, sie hatten die T-Tier, die auf den T-Tier Die Professeure sind zu bürger Ich fand mich der Fier Aber ich bin da, und ich hatte mich Ich habe keine Eltern, jetzt ist ihr! Untertitelung des ZDF, 2020